Stress im US-Bankensystem. Obwohl in den USA ja jetzt ein großes Hilfsprogramm gelaufen ist für die Banken, ist jetzt schon wieder eine amerikanische Bank am Kippen. Dann hat der Bundesrechnungshof eine vernichtende Studie veröffentlicht zur deutschen Klimapolitik und warnt jetzt, die deutsche Stromversorgung ist nicht mehr sicher. Und wir schauen uns heute außerdem den Boom an mit den neuen Abnehmenspritzen. Ein Börsenhype, fast schon so groß wie bei künstlicher Intelligenz. Und wir stellen uns aber auch die Frage, gibt es in dem Sektor vielleicht noch Aktien, wo der Markt das Potenzial noch nicht so erkannt hat? Willkommen bei der Wochenschau. Die fetten Jahre sind vorbei, hat man so den Eindruck, jetzt wirtschaftlich gesehen zumindest mal. Und das wäre natürlich eine schlechte Nachricht. Aber die fetten Jahre sind auch grundsätzlich vorbei. Und das ist die gute Nachricht heute. Zwei Milliarden Menschen auf der Welt sind ja übergewichtig, laut Weltgesundheitsorganisation. Und 800 Millionen Menschen, die sind sogar richtig fettleibig. Und es sterben ja auch inzwischen viel mehr Menschen an Überernährung im weitesten Sinne als an Unterernährung. Aber das ist bald vorbei, weil jetzt gibt es ja die neuen Abnehmenspritzen. Und das Ganze funktioniert. Es ist anscheinend sogar das Erste und Einzige, mit dem die Leute jetzt wirklich auf breiter Front abnehmen. Und dadurch haben wir aber bei den Aktien von diesen Spritzenanbietern jetzt eben auch richtig fette Jahre. Allen voran bei Novo Nordisk. Das hier ist der 5-Jahres-Chart von TradingView. Und Sie sehen schon, wie die gelaufen sind. Und wir haben da jetzt einen Börsenwert auch von über 600 Millionen Dollar. Das heißt, Novo Nordisk ist jetzt nicht nur mehr wert an der Börse als das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Dänemark. Und es ist jetzt auch nicht nur die wertvollste europäische Aktie, sondern sie haben inzwischen auch Tesla überholt. Tesla ist ja eine von den Top 7 Technologieunternehmen in den USA. Die sind ja inzwischen mehr wert, die Aktien von denen, als alle Aktien aus Japan, Frankreich und Großbritannien zusammen. Aber Tesla haben wir jetzt schon überholt. Ein Triumph für Europa und die anderen sechs großen Technologiewerte, die schnupfen wir auch noch. Weil, sind wir doch mal ehrlich, Technologie und KI, wen interessiert das eigentlich groß? Unser Problem ist doch nicht, dass es jetzt Maschinenintelligenz gibt, die die Menschen vielleicht ablöst und ersetzt. Sondern unser Problem ist einfach, dass wir zu fett sind und dass wir in unseren Badeklamotten scheiße aussehen. Und dass wir darum jetzt im Urlaub in die Fränkische Schweiz fahren müssen, weil da können wir uns noch verstecken unter unseren Regenwander-Säcken. Und nein, ich werde jetzt hier keine dicken Witze machen in einer Tour, auch nicht über Ricarda Lang. Und das böse Wort von der grünen Tonne, das wird ja auch nicht fallen. Bei dem Thema kann ich mich nämlich leider auch nicht wirklich aus dem Fenster großartig lehnen. Und mit Corona kann man das alles auch schon langsam nicht mehr rechtfertigen. Aber naja, wie auch immer. Also es geht da um sogenannte GLP-1-Agonisten. Die hat man ja erst nur verschrieben bei Diabetes Typ 2. Und dann hat die Industrie aber gemerkt, die drücken ja auch das Hungergefühl runter. Und die Leute essen viel weniger damit. Und dann war Polen natürlich offen. Und jetzt gibt es zwei Anbieter, die da jetzt auch schon was auf dem Markt haben. Das ist nämlich Novo Nordisk eben. Und dann auch noch Eli Lilly. Da schaut der Fünf-Jahres-Chart auch so ähnlich aus. Und die sind jetzt auch der größte US-Pharmakonzern nach Börsenwert. Und laut Reuters von der KGV-Bewertung sogar noch viel teurer, nämlich bei 76. Bei Novo Nordisk ist die für dieses Jahr nur bei 40. Das geht sogar noch halbwegs. Und wer auch noch mitmischen will, dick mitwischen, das ist Pfizer. Wo sind die nicht mit drin? Da schaut es aber ein bisschen anders aus vom Chart her. Da ist die Aktie ziemlich am Boden. Das KGV ist auch nur noch bei 12. Sie haben natürlich dieses ganze Covid-Impfstoffgeschäft jetzt nicht mehr. Und es hat auch sonst ein paar Rückschläge gegeben bei denen in letzter Zeit. Auch mit einem Abnehmen-Medikament. Aber sie haben schon angekündigt, sie gehen in den Bereich aggressiv auch rein. Das globale Marktpotenzial, wie gesagt, mindestens 800 Millionen Kunden. Dann gibt es neue Studiendaten, die zeigen, dass GLP-1-Agonisten auch Herzanfällen und Schlaganfällen vorbeugen können. Und das erweitert den Markt dann natürlich nochmal. Dann verlangen sie auch ein irrwitziges Geld für das Ganze. Also im Moment braucht man da, wenn man vier Spritzen hat zum Beispiel im Monat, dann kostet es in den USA 800 bis 1000 Dollar im Monat, die man selber zahlen muss. Und trotzdem reißen sich die Leute aber drum. Es gibt gar nicht mehr genug Wirkstoff davon. Und es gibt auch einen Schwarzmarkt für die Spritzen inzwischen und auch für gefälschte Rezepte. Auch in Deutschland mittlerweile. Und das Beste an dem Ganzen, so wie es aussieht, muss man die Spritzen eben ständig nehmen. Weil eine erste kleinere Studie dieses gibt, die hat gezeigt, dass 83 Prozent von denen, die die Spritze wieder abgesetzt haben, dass die ihr Gewicht nach einem Jahr wieder drauf gehabt haben. Wenn man den Kunden also erstmal hat, dann hat man ihn auch. Es sei denn, er geht in Privatinsolvenz. Aber erstmal hilft das Ganze eben. Es hilft sichtbar und ganz viele Promis bezeugen es auch. Robbie Williams zum Beispiel, der hat anscheinend ganz viel abgenommen damit. Elon Musk ist natürlich auch wieder mit dabei. Und Oprah Winfrey, die mächtigste Frau der USA. 40 Pfund hat sie abgenommen. Wenn das nichts ist und wenn sie bei Google Oprah Winfrey eingeben, dann wollen die Leute zwar immer noch als erstes wissen, wie reich ist die Frau. Aber das zweite ist inzwischen eben schon, wie viel hat sie abgenommen. Und besonders bitter ist es für Weight Watchers. Weil da ist Oprah Winfrey ja eine von den großen Aktionärinnen und auch im Verwaltungsrat gewesen, jahrelang. Aber jetzt hat sie gesagt, sie schmeißt da hin. Wer braucht noch Weight Watchers, wenn man die Abnehm-Spritze hat? Und das ist die Konsequenz. Die Grafik hier ist von Reuters, Eli Lilly und Novo Nordisk. Die steigen immer weiter. Aber die Aktie von Weight Watchers hier in Orange, die schmiert ab. Und für viele andere wird das jetzt auch schwierig werden. Bei mir zum Beispiel ist jetzt auch neues Videoprojekt damit eigentlich schon wieder gestorben. Ich wollte ja eigentlich einen Unterkanal machen mit Aerobic für figurbewusste Anleger. Und die Übungen und alles, ich habe alles schon gehabt. Mein rattenscharfes Outfit habe ich auch schon. Aber jetzt mit den Abnehm-Spritzen, ich weiß nicht, ich sehe da einfach keinen Markt mehr. Es sei denn, Sie sagen jetzt, Sie hätten das Format trotzdem gern. Dann zeigen Sie das hier bitte. Aber ich sage Ihnen auch gleich, nette Kommentare oder sowas, das hilft da diesmal gar nichts. Sondern da brauche ich von Ihnen schon richtig Unterstützung. Zum Kanal-Abo geht es hier unten. Jetzt oder nie, versprechen kann ich zwar nichts, aber Sie können ja auch mal ein bisschen in Vorleistung gehen hier. Gibt es vielleicht irgendwelche Aktien, die von diesem Abnehm-Boom auch noch profitieren könnten, die der Markt da ein bisschen übersehen hat? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, dass man da welche noch findet, weil Millionen von Anlegern haben sich die gleiche Frage ja auch schon gestellt. Ich habe neulich schon mal Viking Therapeutics erwähnt. Das ist ein Biotech-Unternehmen. Das hat ein anderes Medikament in die Richtung. Das hat sehr gute Daten schon mal gehabt in der klinischen Phase 2 neulich. Darauf sind Sie eben auch hochgesprungen. Sie sind natürlich schon sehr spekulativ. Man sollte vielleicht auch abwarten, bis die Korrektur wieder vorbei ist, die wir da jetzt gehabt haben in den letzten Tagen. Das ist aber relativ spannend. Sie sind eventuell auch ein potenzieller Übernahmekandidat, zum Beispiel für Pfizer. Das gleiche gilt für Structure Therapeutics, auch noch unprofitabel. Die haben auch einen GLP-1-Agonist. Den würde man dann aber als Tablette einnehmen, einmal am Tag. Das wäre dann auch billiger. Aber bis das marktreif ist hier, das kann noch ein paar Jährchen dauern. West Pharmaceutical, das ist eher ein Schaufelhersteller für die Branche, wenn man so will. Die produzieren also die Moleküle, in die diese GLP-1-Agonisten verpackt werden. Die bringen die also im Körper erst mal dahin, wo sie dann auch wirken sollen. Und sowohl Novo Nordisk als auch Eli Lilly sind die Kunden von denen. Das KGV ist aber auch schon bei 47. Also man sollte auch da vielleicht mal warten, ob man die Aktie in den nächsten Monaten ein bisschen günstiger kriegt. Und jetzt noch ein absoluter Exot. Innovent Biologics aus China mit einem Börsenwert von ungefähr 8 Milliarden Dollar. Auch China hat inzwischen ein großes Übergewichtsproblem. Die Bevölkerung schrumpft zwar, aber die Masse steigt trotzdem noch. Innovent hat eine Therapie, die ist mindestens genauso gut wie die von Novo Nordisk laut den Testdaten. Und dieses Jahr kommt vielleicht auch schon die Zulassung in China. Und meiner Meinung nach sind die überhaupt eins von den besten Biotech-Unternehmen in China. Mit einer sehr, sehr starken Produktpipeline, auch im Krebsbereich. Aber sie haben eben auch sehr hohe Forschungsausgaben und darum sind sie eben auch immer noch hochdefizitär. Es ist eine Aktie, wo ich sagen würde, man kann die zumindest mal beobachten jetzt in nächster Zeit, wenn man sich sowas vorstellen kann, so einen exotischen Wert. Innovent ist auf jeden Fall ein Unternehmen, von dem man noch einiges hören wird in den nächsten Jahren. Aber alles in allem kann man, glaube ich, sagen, das Ganze ist natürlich ein Hype inzwischen. Das ist ganz logisch. Aber erst mal ist da schon noch ein bisschen Musik drin. Und es ist eben auch ein Thema, das wird uns noch viel beschäftigen. Und klar, es geht da natürlich nicht nur um die Bikini-Figur, sondern es geht ja auch um die Gesundheit von vielen Millionen Menschen. Zu viel Übergewicht ist eben potenziell lebensgefährlich. Und es ist auch schlecht fürs Klima. Analysten haben ausgerechnet, wenn jeder Mensch oder jeder Flugpassagier im Durchschnitt nur viereinhalb Kilo weniger wiegen würde, dann würden die Fluggesellschaften jedes Jahr Sprit sparen für 80 Millionen Dollar. So einfach kann das alles sein. Klimaschutz ist natürlich auch hier auf dem Kanal immer wieder ein leidiges Thema. Und ich will mich jetzt nicht selber loben, Aber genau die Themen, die ich und viele andere auch immer wieder bemängelt haben, aufgegriffen haben in der Klimapolitik, das hat jetzt auch der Bundesrechnungshof aufgegriffen und bestätigt. Das Urteil von ihm zur Klimapolitik war verheerend. Die FAZ hat geschrieben, dieser Sonderbericht, der sah eine klatschende Ohrfeige gewesen für die Strompolitik der Ampel. Und Robert Habeck war dann anscheinend auch ein bisschen sauer. Er war ja gerade in den USA da letzte Woche und hat da unter anderem an der Columbia Business School einen Vortrag gehalten und hat da gesagt, was die USA alles falsch machen und dass die zum Beispiel noch weit, weit weg sind von der Klimaneutralität und dass das Subventionsprogramm von ihnen, dass das sehr unfair ist, dass das andere Länder benachteiligt, was auch absolut stimmt, nebenbei gesagt. Und dass die USA auf ein Staatsdefizit von 200% zurasen, was man auch unterschreiben kann, mehr oder weniger. Also hat er denen gesagt, löst eure verdammten Probleme, solve the fucking problems. Tja, nur genau das hat der Bundesrechnungshof dann eben auch gesagt. Er hat gesagt, der Ausbau der alternativen Energien ist deutlich unter Plan, der Ausbau der Stromnetze, was noch wichtiger ist, der ist noch viel mehr unter Plan, da würde der Rückstand jetzt bei sieben Jahren liegen oder bei 6000 Kilometern und die geplanten Reservekraftwerke mit Gas, für die Dunkelflaute mit ihren 10 Gigawatt, die würden auch hint und vor nicht reichen. Und die Bundesnetzagentur, die würde da aber immer nur von Best-Case-Szenarien ausgehen und das sei wirklichkeitsfremd. Und darum das Fazit, die sichere Versorgung mit Strom ist langfristig nicht gewährleistet. Und gleichzeitig ist der Strom hier aber viel zu teuer und der Wirtschaft fehlt es auch an Planungssicherheit. Und damit haben wir große Risiken für die Energiewende und für unseren Wohlstand hier in Deutschland, sagt der Bundesrechnungshof. Man kann jetzt natürlich sagen, ja verdammt nochmal, wir sind doch dran an dem Ganzen. Und es sind ja auch schwere Probleme, die andere Länder auch haben. Das ist nicht nur hier so. Ich habe neulich erst darüber berichtet, dass auch klassische Sonnenländer und Solarländer, so wie zum Beispiel Australien und Chile, große Probleme haben inzwischen mit der Netzstabilität und mit explodierenden Stromkosten. Und ich will jetzt auch gar nicht wieder mit dem Ganzen anfangen im Detail. Aber anders als viele das hier eben immer sehen, jetzt geht mir hier nicht drum, dass ich hier so ein typisches Klimapolitik-Bashing machen will oder dass ich jetzt an sich gegen Klimapolitik bin. Aber es ist eben doch brandgefährlich, wenn man sich da immer nur Wunschdenken hingibt und wenn man Probleme, die es offensichtlich gibt, wenn man die immer wieder schön redet und wenn man eben auch von Planungen aus geht, wo man weit davon entfernt ist, dass man sie irgendwie einhalten kann. Sowas ist gefährlich und es ist eben auch eine unnötige Gefährdung von unserem Wohlstand. Und von diesem Sonderbericht vom Bundesrechnungshof muss ich sagen, unter Bundesrechnungshof ist jetzt auch nicht irgendwer, aber ich fühle mich da schon dementsprechend bestätigt. So solve the fucking problems. Anderes Thema noch. Großes Jubiläum. Vor einem Jahr war die Bankenkrise in den USA. Kinder, wie die Zeit vergeht, kann man da sagen. Vier Regionalbanken sind einfach mal untergegangen, so von heute auf morgen. Und das aus ziemlich banalen Gründen, muss man sagen. Der Chef von der Silicon Valley Bank, der hat später mal gesagt, Schuld waren die gestiegenen Zinsen und die sozialen Medien, weil wegen der Panik da, da hätten dann die Kunden alle ihr Geld abgezogen. Nur, dass die Zinsen irgendwann mal steigen, das hätte man sich denken müssen als Bank. Und abgesehen davon, sie sind ja auch immer noch oben. Und die sozialen Medien, die hat die US-Bankenaufsicht bis jetzt auch immer noch nicht verboten. Und was natürlich auch eine große Rolle gespielt hat bei der ganzen Geschichte, das ist eben auch die Krise im Gewerbeimmobiliensektor. Da brechen die Preise nach wie vor zusammen in den USA, vor allem für Büroimmobilien. Man sieht das Ganze ja auch hier bei uns, wie sich das zugespitzt hat jetzt. Die Insolvenz von Adler zum Beispiel oder von Signer, René Benko, vom Schulabbrecher zum Milliardär und wieder zurück. Und das sehr wahrscheinlich nicht, weil die Abnehmspritzen so teuer sind. Und in den USA ist es eben auch ähnlich. Und es ist auch nicht besser geworden, das Ganze. Und die Probleme sind alle immer noch da. Es gibt jetzt immer mehr Analysten, die sich doch wieder Sorgen machen um den Bankensektor. Und Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, die hat jetzt auch gesagt, sie ist besorgt, vor allem wegen der Gewerbeimmobilienkrise. Und der IWF, der hat jetzt in seinem letzten Bericht zur globalen Finanzstabilität auch gesagt, es ist immer noch brenzlig für den US-Finanzsektor. Warum sind alle so besorgt? Vor einem Jahr hat die FED ja ihr neues Rettungsprogramm da aufgelegt für die Banken. Das Bank Term Funding Program. Da haben sich die Banken Geld beschaffen können und haben als Sicherheit ihre stark gefallenen Anleihen hinterlegen können. Und das nicht zum Marktwert, sondern zum Nennwert. Nur, dieses Programm, das läuft jetzt aus und zwar genau heute. Und das Zweite ist, trotz diesen ganzen Rettungsmaßnahmen, die wir ja gehabt haben, da haben trotzdem haben wir jetzt schon wieder eine Krisenbank in den USA, nämlich die New York Community Bank Corp. Hier ist der Einjahreschart, die schmiert eben jetzt auch seit ein paar Wochen komplett wieder ab. Und das ist aber genau die Bank, die vor einem Jahr die Signature Bank übernommen hat und die damit gerettet worden ist ja. Und alle haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist alles wieder gut. Und jetzt muss aber plötzlich die Bank Kredite abschreiben von 550 Millionen Dollar und sie hat einen Verlust gemacht von 252 Millionen Dollar. Und obwohl sie sagt, sie hat jede Menge Liquidität, trotzdem ziehen die Kunden Geld ab, trotzdem hat Moody's die Kreditwürdigkeit abgestuft auf Chunk und sie fällt und fällt. Der gleiche Wahnsinn wie immer. Steven Mnuchin, den kennen Sie noch als Finanzminister unter Donald Trump, der und ein paar andere, die haben letzte Woche eine Milliarde Dollar reingepumpt in die Bank. Das hat ihr dann aber auch nur kurz geholfen. Am Freitag ist die Aktie dann schon wieder gefallen um 6%. Aber was soll's? Die Krise von einem Jahr, die haben wir doch auch überwunden. Wir haben sie sogar sehr gut überstanden. Das ist der S&P 500 Index die letzten zwei Jahre. Und die Bankenkrise, das letzte Jahr, das war ja, wie man hier sieht, wirklich nur ein Mini-Rücksetzer, also gar nicht der Rede wert. Aber natürlich, weil man auch gesehen hat, die FED und die Regierung, die hauen uns wieder raus. Die machen wieder wirklich alles, nur damit bloß nichts kaputt geht. Und wahrscheinlich ist auch darum danach die Rallye auch nochmal so richtig losgegangen. Und genau das ist aber eben doch auch ein Problem, dass man eben inzwischen glaubt, dass es wirklich gar nichts mehr gibt und geben kann, das den Markt noch wirklich runterdrücken kann. Man hält den Aktienmarkt eigentlich inzwischen für unzerstörbar in den USA. Und es kommt ja noch dazu, dass speziell eben auch die USA den Markt und die Unternehmen ja auch aufpumpen mit Schulden ohne Ende. Und für Anleger ist das jetzt natürlich schwierig. Es ist eine blöde Situation, gerade wenn man sich fragt, soll man jetzt vielleicht nochmal was kaufen. Schnäppchen gibt es sowieso so gut wie keine mehr. Und auf der einen Seite, man will natürlich nie investieren, wenn es überall Probleme gibt und das auch so gesehen wird. Aber auf der anderen Seite, es ist eben auch nicht gut, wenn alle super optimistisch sind. Und ich habe schon mal gesagt, wenn Sie jeden Tag nur Starkbier und Schweinshaxe und Buttercremetorte in sich reinstopfen, dann haben Sie vielleicht das Gefühl, Ihnen geht es so gut wie noch nie. Aber Ihr Arzt, der wird Ihnen sagen, das geht nicht gut aus, das Ganze. Nur ob Sie jetzt nächste Woche schon umkippen oder erst in fünf Jahren, das kann Ihnen natürlich auch Ihr Arzt nicht sagen. Und so ähnlich ist es eben auch am Aktienmarkt ein bisschen. Und der Schluss, den ich persönlich draus gezogen habe und ziehe, das ist schon der, dass ich im Moment jetzt doch erst mal vorsichtig bin. Ja, hallo hier, genau. Dankeschön. Jetzt erst aber mal ein Starkbier. Es ist Fastenzeit, meine Damen und Herren. Ich lebe schon seit Wochen wieder wie ein Mönch. Bis jetzt habe ich noch nichts abgenommen damit, aber man muss konsequent dranbleiben bei dem Ganzen. Auf dich, Ricarda. Wir schaffen es auch ohne die Abnehmenspritze. Und es ist das Gleiche mit Abnehmen wie beim Klimaschutz, egal ob es funktioniert oder nicht. Dabei sein ist alles und da Wille zählt. Und Sie wollten jetzt noch den Kanal abonnieren, darf ich Sie noch kurz dran erinnern. Dann auch noch auf die Glocke drücken, dann verpassen Sie auch in Zukunft meine Videos nicht mehr. Zum Wohl Ihnen, alles Gute für Sie und Dankeschön fürs Zuschauen. Zum Wohl Ihnen, alles Gute für Sie und Dankeschön fürs Zuschauen.